Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Remnants from the Ashes. Ich müsste immer noch im Abenteuermodus sein, was nämlich vorhin im Abenteuermodus war. Ja, Wetteinstellungen, genau. Und es ist auch schwer, ohne witzig wird, dass die wieder mehr auf schwer setzen. Holy moly, ich hab keinen Bock mehr darauf. Haha, ich hab nochmal gegen zwei Bosse gekämpft. Einmal gegen den Wrangler und den Brandflag. Und ich hab, also was ich nicht wusste vorher, also die Bosse... Wie, ich hab acht Stück davon. What the fuck? Achso, Rüstungsfragmenten, okay. Achso, die Glühfragmente sind bloß das. Ich dachte, dass ich hätte diese Dingsbox gekriegt, zum Aufwerten von meinen... Von dem Herz. Also, ich hab hier eigentlich mal ein bisschen nachgegoogelt. Äh... Und... Ich weiß auf jeden Fall... Dieses eine Glockenrätsel, was wir da gefunden haben, das ist anscheinend nicht wirklich relevant. Da kann ich bloß eine Waffe bekommen, wenn ich das richtig mach. Ähm... Dann... Im Abenteuermodus. Also, eigentlich die komplette Welt ist eigentlich ziemlich random generiert. Es ist sehr random, was eigentlich passiert. Also, wie ich das schon mal gemutmaßt habe. Ich könnte zum Beispiel, wenn ich zum Turm gehe, entweder komme ich zum End oder ich komme zum Brandfleck. Einen von beiden bekämpfe ich auf jeden Fall. Und im Abenteuermodus ist es genauso. Da passieren immer random Events. Ich habe auch nochmal diesen Klagenbaum getroffen. Der hat mich auch nochmal gepackt. Und hat mir aber dafür bloß einen Eigenschaftspunkt gegeben. Und ein bisschen XP. Äh... Ja, kommen die selben Locations immer wieder vor. Mal paar andere Bosse. Aber der Rest ist eigentlich mal das gleich. Und ich finde die selben Sachen an den selben Punkten. Äh... Was ich jetzt mal machen wollte, ich wollte hier mal... Zwei Punkte rein investieren. Damit wir da bisschen mehr haben. Den Krieger könnte ich auch eventuell... Also wir haben so viel. Mod-Aufbaurate. Wir haben hier so viel. Wie habe ich eine Inspiration gekriegt? Eigenschaften des Exkultisten. Wo du das öffnestes versteckst mit dem Affenschlüssel im Feld der Sorgen auf der Erde... Ah, ok. Ja, ich habe auch so einen... Ähm... Ich war auch in so einer Kanalisation. Und das war wie bei dieser Jägerin. Ich habe dann so einen Schlüssel gefunden. Habe damit eine Tür aufgemacht. Und habe damit... Eine neue Waffe. Ich habe das Sturmgewehr bekommen. Könnte ich auch noch aufrüsten. Das Strahlengewehr ist jetzt... Also mittlerweile... Ist richtig gut. Also ich habe damit im schweren Modus... Ich habe richtig Probleme gehabt. Weil mit der Schotti... Bin ich halt nicht nah rangekommen. Weil die mich halt irgendwie mit 6 Schüssen weggeschossen haben. Und... Mit dem Strahlengewehr konnte ich die recht gut wegschießen. Das müsste ich dann auch mal aufrüsten. Die haben glaube ich mal eh ein bisschen. Und... Ich habe hier auch richtig viel verbraucht. Wir hatten mal... Ich glaube wir hatten 34 oder? Oder irgendwas über 30 von diesen... Ähm... Dinger von dieser Blutwürze. Ich habe bei dem Kampf gegen den Drachen... Habe ich so viel weggehauen. Ohne Witz. Das war nicht mehr normal. Dann mache ich das auch auf 25. Äh... Status Effekt. Auflösungschance. Achso, dass das wieder weg geht. Okay. Ähm... Ausdauer... Und Ausdauerkosten. Ohne Witz. Also so viel... So viel wie ich in dem Kampf... Gejumped bin... Bin ich bis jetzt noch gar nicht. Das war teilweise die Hölle. Ich bin irgendwie sieben mal gestorben. Sicher. Und... Aber ich war am Ende so froh. Und ich habe halt einfach bloß Erfahrung bekommen. Also ich... Damit ihr das auch wisst. Also... Die Bosse haben anscheinend... Geben mir... Also die meisten Bosse geben mir irgendwie... Zwei Sachen. Statt einem. Und wenn ich den zum ersten Mal besiege. Je nachdem wie ich den besiege. Ähm... Geben die mir... Geben die mir quasi einen Gegenstand. Von dem Drachen kann ich entweder diese Drachenglieder bekommen. Daraus kann ich mir ein Schwert machen. Oder ich kriege dem sein Herz. Und kann mir die Pistole draus machen. Die ich da habe. Bei dem End zum Beispiel. Kriege ich entweder dem sein... Äh... Ich glaube dieses eine Sporndingsbums da. Womit man die Sporngun machen kann. Oder... Ich kriege... Schieße dem seine Beine weg. Und kriege da was ganz anderes draus. Hat mir so auch noch nie... Aber... Okay gut. Das Spiel sagt dir sowas halt auch gar nicht. Und... Da bin ich nur darauf gekommen. Indem ich einfach mal... Äh... Ich habe eigentlich bloß noch ein Bild von dem Brandfleck gesucht. Für das Thumbnail. Das Thumbnail habe ich jetzt auch fertig. Da saß ich jetzt irgendwie zwei oder zweieinhalb Stunden dran, um das zu machen. Äh... Und... Aber soweit... Bin ich da wenigstens fertig. Das ist dann schon mal gut. Und das ganze Zeug kann man noch aufrüsten. Und hier wollte ich jetzt auch mal ein bisschen aufrüsten. Also das Strahlengewehr... Das... So verdient, das aufzurüsten. Ohne Witz. Also... Um das Sturmgewehr... Komm, das baller ich auch mal hoch auf 10. Ich habe keine Ahnung, wie gut das ist. Kann ich nicht sagen. Ich habe es bis jetzt noch nicht benutzt. Und die Schotty... Die brauchen wir eh für nachher wieder. Äh... Ich muss mindestens drei Kugeln rausballern. Ne, oder... Ne... Vier. Um das zu... Um den Schaden zu machen, den der macht. Und das ist halt... Das kommt dann... Das kompensiert sich wieder. Rüstung... Kann ich da noch... Ne, ich kann nichts mehr von... Ja, okay. Ich habe nur noch eins. Die Maske könnte ich aber noch verbessern. Ich würde auch mal gern die restliche Rüstung davon haben. Also... Da gibt es... Es gibt einige Rüstungssets. Die Landstreicher... Ich glaube diese... Allgemein-Fäulnis-Set oder so. Also zumindest aus diesem... Hier mit diesem Neubewuchs. Da gibt es ein ganzes Set. Weil es gibt ja nicht umsonst 1, 2, 3 Teile. Äh... Ich glaube von dem Abenteurer gibt es noch die Hosen, die uns da fehlen. Das ist ja auch ein ganzes Set. Ich habe eh keine Ahnung, wo ich die Maske her habe. Die habe ich ja gekauft. Die Fliegerkappe. Da brauche ich auch noch den Rest. Ich habe bis jetzt wirklich nur diese Maske gefunden. Und sonst nichts. Und sonst nur irgendwelche... Äh... Hier... Ringe. Irgendein Schatten. Ne, den haben wir ja schon zuvor gehabt. Schwerkraft, Stärke. Ausweichens, Herzsucher, Hüters. Schlingers. Ich glaube irgendeiner davon war auch nochmal neu, den ich gefunden habe. Oh, jetzt habe ich einen falschen Ring ausgerüstet. Scheiße. Was habe ich jetzt ausgerüstet? Schwerkraft. Ich habe glaube ich mal den Stärke gehabt, oder? Ne. Äh... Verschlinger. Nimmus des Jägers. Ah ja. Genau. Oder hier habe ich da irgendwas Neues bekommen. Ich stelle das Gummis. Ne, den haben wir vorher schon gehabt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein paar Sachen haben wir dazubekommen. Ich habe keine Lust zu reden. Bei ihr könnten wir auch noch, glaube ich, mal irgendwas eintranschen, oder? Ja, verschwende nur nicht meine Zeit. Unterstützung, Gegenstände kaufen... Achso, was ist das andere? Ne. Das ist alles gleich. Okay. Sind wir hier fertig? Naja, gut. Ich kaufe mir dann nur noch ein paar Verbrauchsgegenstände, weil... Ohne Witz... Brauchen können wir es schon. Hohohohoho, der Saat... Mal sehen, was... Oh, der hat sogar dieses Grünblatt. Kühlmittel. Oh, no joke. Da hole ich mir jetzt auch mindestens 10. Verbände habe ich noch. Und... Ja, das lasse ich mal. Wow. Der verschwindet so schnell nicht. Oh, die hat aber einen ganzen Haufen... Yo. Oh, Luminitenkristalle. Da kaufe ich mir auch noch ein paar. Die haben ja das Geld. So, jetzt haben wir 8 Ladungen. Und was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Also das ist alles ziemlich random. Und die Bosses sind random. Und sonst... Ich weiß gar nicht mehr, wo waren wir da zuletzt? Ich gehe einfach zum letzten Checkpoint zurück. Weil da müssten wir dann irgendwelches dann fertig sein mit dem Gebiet. Und dann müssten wir gefühlt mit dem Spiel fertig sein, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viele Spielstunden gibt es, bietet das Spiel. In der Kampagne sind wir gerade mal an 12 Stunden dran. Also, keine Ahnung. Oh ja. Oder? Oh, nee, hier war das. Hof des Totem-Vaters. Und wieder ein Boss. Als hätte ich heute nicht schon gegen genug Bosse gekämpft. Hm. Ich bin aber überlegen. Nehme ich die Shotgun oder nehme ich den Spornwerfer? Ach, ich nehme den Werfer. Komm. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Aber... Aber... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ouch Ouch Ich finde es lustig Gerade noch wollte ich sagen, ich finde ihn nicht so krass Ich bin nicht so krass Ich bin nicht so krass Ähm, Achtung, die Toten Geweihtotem Okay Arkan-Schlag Noch eine Nahkampf-Mod-Aufbaurate Was für Nahkampf-Mods? Totenvater oder den verwüßten Jescher? Okay Ähm, was nehme ich denn? Metallbonus Nachladegeschwindigkeit Das wäre auch was Man kann aber während dem Ausweichen schneller Äh, uah, schneller nachladen Und was ist jetzt das Ziel? Ah, da hinten geht's raus Okay Ich dachte schon, ich muss jetzt wieder zurückrennen Und dann wieder zu Sunstream gehen Und dem irgendwas geben Und dann So wie Corsus Was ja eine richtige Einweg So eine richtige Einwegstraße war Einwegstraße Einbahnstraße Nennt man so was? Woll Heute bin ich auch wieder nicht ganz aus der Höhe Habe ich gehört Aber wer kann's mir schon verübeln Okay Oh, ich hab den Ordner aufgelassen So Gefängnis des Gründers Oh nein Wir kommen jetzt zum Fault Ja, und es gibt aber noch ein paar Bosse Um das noch nachzuhaken Ähm, die bekämpfen wir so oder so Die sind einmalig Ja, wie oft will der da noch dran rütteln Das glaube ich ja nicht Ich hätte nicht gedacht Je wieder einen anderen Menschen zu sehen Wie zum Teufel Sind sie in diese Welt gekommen? Commander Ford hat den roten Kristall aktiviert Die Die Saatmutter Sagten sie Was will sie denn von mir? Die Saat ist auf dem Atoll? Sie meinen Station 17? Ähm Warum in Gottes Namen? Ach, du heiliger Himmel Knochenkralle ist die Quelle Harsgards Träumer War das Tor Mein Mein Lebenswerk Ich muss sie warnen Sie bewegen sich auf dünnem Eis Aber vielleicht Vielleicht Sind sie da erfolgreich Wo ich versagt habe Wie kann ich helfen? Äh, wer ist Harsgard? Harsgards Dieser Verrückte Hat einen Träumer direkt mit der Saat verbunden So hat alles angefangen Ich habe es nicht kommen sehen Aber wie auch Die Saat kam von überall Aber wenn Knochenkralle die Quelle ist Ich weiß, wie sie hineingelangen Es gibt einen Spiegel in Station 13 Nicht da, wo die Überlebenden wohnen Hinter einer verschlossenen Tür In den unteren Ebenen Dieser Spiegel ist wie ein Tor zu den anderen Stationen Hier Mit diesem Schlüssel Können sie den mit dem Spiegel verbundenen Computer entsperren Ach so, ja Sie waren doch bereits in meinem Büro Nicht wahr? Dort befindet sich eine Magnetkarte Auf meiner Werkbank Das ist sie Verwenden sie sie Um in Station 13 zu gelangen Gehen sie in die unteren Ebenen Und verwenden sie sie An der verschlossenen Tür Okay Ich habe eine heutige Frage Aber verschwenden sie keine Zeit Die Saat wird nicht auf sie warten Kommen sie nicht mit dir Sehen sie mich an Sehe ich so aus Als hätte ich noch Kraft zu kämpfen Ich würde gerne Aber Diese Zeiten sind vorbei Sie sind jetzt die letzte Hoffnung Äh, wie Ich habe Wie ich habe sie vers- Was? Wie ich habe Wie ich Ach, wie ich Haben sie versucht Die Saat aufzuhalten Warum haben sie aufgegeben Ich bedauere aufgegeben zu haben Die Antwort lag die ganze Zeit Direkt vor meiner Nase Hätte ich nur weiter gesucht Ich musste einen hohen Preis zahlen Um so weit zu kommen Ich habe Freunde Und Familie geopfert Ich habe es satt Ich sage nicht Dass man es nicht versuchen sollte Vor allem Wenn man nichts zu verlieren hat Aber tun sie sich ein Gefallen, ja Nehmen sie den hohen Preis in Kauf Das macht es einfacher Wenn alles vorbei ist Er hat ja eh niemanden Gott, wenn ich das wüsste Die Saat ist von Beginn an dort Und wenn der Drache Der jetzt dort ist Ihr Meister ist Bereiten sie sich gut vor Überlassen sie nichts dem Schicksal Viel Glück Sie werden es brauchen Der Gründer Und Schlüssel des Gründers Habe ich erhalten Mit der Drache Und hier Das ist nicht Die Milch Die Milch Nichts Das ist nicht